Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Das wusste schon Konfuzius. Und damit herzlich willkommen zu meinem Vortrag Innovative Schulungslösungen durch Virtual Reality. Mein Name ist Yvonne Pauli und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, wie Sie virtuelle Schulungslösungen in Ihrem Unternehmen einsetzen können. Bevor ich starte, möchte ich Ihnen kurz erzählen, mit wem Sie es heute zu tun haben. Ich arbeite für das Gastronomische Bildungszentrum in Koblenz. Wir sind eine Bildungseinrichtung der IHK Koblenz und haben uns auf die Weiterbildung spezialisiert für die Hotel- und Gaststättenbranche. Wir sind in drei Bereiche untergliedert. Dazu gehört die Deutsche Wein- und Sommelierschule, die Akademie für Kulinarik und Ernährung und mein Bereich ist die Hotel-Management-Akademie. Ich kümmere mich um die betriebswirtschaftliche Weiterbildung, vorwiegend berufsbegleitend und da gehört eben auch das Thema Virtual Reality dazu. Wie ist die Idee entstanden? Die Idee ist entstanden, wir haben viele Gastronomen und Hoteliers, die über Fachkräftemangel klagen und einfach mit Quereinsteigern, Migranten zusammenarbeiten und da eine Basisschulung brauchen. Wie können wir das machen? Also haben wir überlegt, wie ist die Lösung? Wir helfen einfach mittels einer virtuellen Welt, weil viele besser sehen, als dann verstehen können oder dieses als Kombi zusammenbringen. Und das klappt mit der virtuellen Brille. Außerdem erreichen Sie mit diesem Medium auch junge Mitarbeiter, sprich unsere Azubis. Generation Z, geboren ab 95, jeder hat dort ein Smartphone, arbeitet damit, hat den alltäglichen Umgang. Warum nicht in der Weiterbildung? Und diese Interaktion stärkt einfach das Lernen und die Begeisterung für unsere Branche. Die Idee allein hat uns natürlich nicht weitergebracht. Wir haben dann überlegt, wie man das in der Didaktik umsetzen kann. Und es ist einfach so, der Teilnehmer ist unglaublich engagiert bei der Sache, wenn er diesen virtuellen Film anschaut und erlebt. Also diese Grenzen zwischen Spiel- und Lernaktivität verwischen und dadurch steigert sich der Lernerfolg. Also Sie sind zu 100% aufmerksam in diesem Film. Und es gibt Studien auch, die belegen, wenn Testergebnisse erforderlich sind, dass diese um 30% über der Norm liegen. Einfach, weil diese Interaktivität diese Eindrücke viel, viel besser vermitteln kann und beim Teilnehmer einfach viel mehr hängen bleibt. Die Umsetzung. Stellen Sie sich vor, Sie sind Migrant. Seit einigen Monaten hier in Deutschland sind der deutschen Sprache noch nicht ganz so mächtig. Würde es Ihnen vermutlich ähnlich gehen wie mir auch. Sie lernen besser über das Sehen als über das Hören. Und so können wir eben auch diese Teilnehmer mittels dieser Brille und mittels diesem Film Basiswissen antrainieren durch diese interaktive Lernsituation. Für junge Leute oder auch für Quereinsteiger werden außerdem praxisnahe Aufgaben und auch komplexe Prozesse einfach viel, viel leichter verständlich. Und wir bieten Ihnen dafür die Lösung an. Wir bieten VR-Lernpakete. Darin enthalten sind fünf Brillen sowie ein Trainerleitfaden, der darstellt, welche räumliche Ausstattung brauchen Sie, was schreiben Sie auf die Flipcharts. Das heißt, Sie sind völlig eigenständig, standardunabhängig und absolut flexibel. Dabei hilft Ihnen auch die VR-Wonder-App, die Sie kostenfrei runterladen können. Damit können Sie die QR-Codes zu den einzelnen Themen scannen, also sprich Housekeeping, Rezeption oder Hygiene und dann diese Filme unmittelbar nutzen. Selbstverständlich setzen wir die VR-Brillen auch bei uns im Haus ein. Wir sind in Kontakt mit Gastronomen und Hoteliers, die diese innovativen Lernpakete vor Ort halt nutzen. Jederzeit ohne externen Trainer natürlich. Wir haben Berufsschulen, die eben den konventionellen Unterricht ergänzen durch dieses mediengestützte Format, was einfach auch den Lernerfolg steigert und Spaß macht natürlich. Außerdem begleiten wir Flüchtlingsprojekte, in denen wir die Videos auf eine andere Art und Weise einsetzen, nämlich als 360-Grad-Video. Das heißt, Sie können das über ein Smartboard als 360-Grad-Video einsetzen und eben die Sequenzen individuell steuern. Das heißt, der Trainer übersetzt ins Englische. Sie schauen sich das mit der Gruppe an und lassen dann die nächste Sequenz laufen. Also auch da eine super Möglichkeit, die Filme anders zu nutzen. Bevor ich zum Ende komme, die Vorteile für Unternehmen und Teilnehmer. Für den Unternehmer ganz klar unabhängig von Standort, Zeit und Raum. Die Brillen sind beliebig oft nutzbar. Sie brauchen keinen externen Trainer und wie ich eben schon erwähnt habe, 360-Grad-Video auch gar kein Problem, das in der Gruppe individuell zu nutzen. Für den Teilnehmer ganz klar, er lernt über Erfahrung und Emotionen unglaublich interaktiv. Es macht Freude, es ist einfach durchzuführen. Es ist eine einfache Nutzung und diese Spiel- und Lernaktivität verwischt einfach. Und das steigert den Lernerfolg. Sie erinnern sich vielleicht an den Anfang, was du mich tun lässt, das verstehe ich. In dem Sinne möchte ich Sie einladen. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei mir. Es ist ein super spannendes Thema. Sie können damit Ihren Betrieb im Rahmen der Weiterbildung wirklich bereichern. Sprechen Sie mich an, ich helfe Ihnen gerne weiter. Haben Sie eine gute Woche und bleiben Sie offen für Neues. Sprechen Sie mich an, ich helfe Ihnen.